Hallo, mein Lieben. Kommt zu einem neuen Video. Wir haben gerade Pizza vs. Hamburger. Die schläfst du heute bei mir. Es ist 21.25 Uhr. Ich habe meine Pizza jetzt schon fertig. Was mich zeigt. Nein, 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 nein. Das ist eine Überraschung. Und ja, da oben kann sie eigentlich schlafen. Sie baut gerade den Burger. Und eine Cola muss sie denn auch noch bauen. Und ja, ich filme jetzt ein bisschen noch schon mal. Jetzt geht's los. Die fängt jetzt gerade schon an, aber naja, ist ja auch egal. Ist der rund? Ja, oder? Ja, oder Leute, schreibt es mal in die Kommentare, ob der rund ist. Ja, der ist rund. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Und guckt mal bei Markus und Martinus vorbei. Ein bisschen komisch, wenn sie hier schläft. Als ob die gleich nach Hause gehen muss, als ob das jetzt Winter ist. Und Aileen, zeig mal deine Hand. Ja, cool. Langweilig? Wie der Arzt sieht. Geh doch mal schlafen. Hier hilft es gut. Ähm, geh doch mal schlafen. Äh, nicht zeigen, nicht zeigen. Ich muss da ganz kurz so machen. Ich mach... Äh, du musst weiter ran. Leute, mal zumal. Ihr dürft doch nicht meine Pizza sehen. Deswegen... So, jetzt könnt ihr wieder sehen. Es muss aber auch ein Haus sein. Richtig. Wieso darfst du eigentlich gucken? Was gucken? Ja, was ich baue. Hast du bei mir auch? Nein. Ich weiß nicht, wo meine Handy-Haltung ist. Leute, ich kann... Aileen, halt mal ganz kurz. Ich muss mal gucken, wo meine YouTube... Aber nicht dich zeigen. Du weißt, das habe ich verboten. Sonst kriege ich wieder Erwärm. Das war deine Schuld, weil ich selbst zeige. Leute, wartet mal. Also nicht... Versuch mal, dass du mich nicht mitbekommst. Ich halte nur... Leute, das ist... Das ist meine YouTube-Pandy-Haltung. Ich kann... Oh, schuldigung. Schnell, sonst... Die sehen mich gleich. Oh, Aileen, die hätten dich doch eh nie gesehen. Leute, wenn ihr jetzt wisst, was hier drum ist. Kann ich so machen? Versuch mal, Leute. Oh, Aileen, die haben die fast gesehen. Wartet, Leute. Aileen wollte erst gar nicht hier schlafen. Aileen hat schon nämlich so... Nichts an. Von... Sie wollte einfach...